Das Jahr 2020 neigt sich endlich dem Ende zu und ich bin überwältigt für Stolz auf unser Unternehmen Mirolex, unser Team und unsere Partner. Wir haben in diesem Jahr viel erreicht und weitere Siege liegen noch vor uns. Wir wachsen, werden größer und stärker, wie ein Monolith. Und dies ist erst der Anfang unserer Reise. Die Zukunft bietet uns noch mehr Möglichkeiten. Diese Zukunft liegt in unseren Händen. Wie Gandhi zu sagen pflegte, finde ein Ziel und die Mittel werden gefunden werden. Jeder von Ihnen wird sein Ziel erreichen und wir werden Ihnen dabei helfen. Das Jahr des starken und hartnäckigen Stiers kommt. Und wir sind so stark und hartnäckig wie der Stier. Wir werden alle Barrieren durchbrechen, die unserem Wohlbefinden im Wege stehen. Dies ist unser Jahr, meine Freunde. Also werden Sie aktiv. Glauben Sie an sich und an die schöne Zukunft, die uns erwartet. Denn wir werden den höchsten Gipfel erklimmen und niemand wird uns aufhalten. Daran habe ich keinen Zweifel. Es werden viele Errungenschaften und Siege, neues Glück und Erfolg im neuen Jahr 2021 auf Sie warten. Gemeinsam mit uns werden Sie immer gewinnen und wachsen. Ein frohes neues Jahr!